zack zack Diamant müssen wir auch irgendwo haben doch bestimmt auf der Insel irgendwo was ist das so wie ihr merkt bin ich jetzt in einer neuen Runde und zwar ja neue Runde, neues Glück Heilungspausch, nächstes Mal an mich und so ich meine mal das könnte man immer gebrochen ähm so damit uns niemand das Eisen rausklaut zippen wir auch mal klicken die ganze Zeit einfach wie klickt die ganze Zeit da drauf instant ja 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 ich weiß schon was du vorerst ich bin nicht blöd komm schon, komm schon, komm schon schneller mein Eisen jawoll so das war 8,6 was? als ob und erneut noch ein DIA 5 DIA 5 DIAs so 6 DIAs wie kann es sein, dass er gar kein Knockback bekommt? was für okay so das war es von mir aus ich hoffe euch hat diese Folge gefallen und ich weiß ich bin schlecht ja abonniert mich auf jeden Fall wenn es euch gefallen hat und ähm ich werde bald nochmal ein Infovideo machen über meinen Minecraft Server und ein paar Videos darüber noch so bringen es wird Bad Wars, Sky Wars und so missgeben lasst euch aber überrasch euch, ich will nicht viel spoilern und dann halt ähm ja bis zum nächsten Mal und tsch tsch tsch